Einen wunderschönen guten Tag, wenn ihr zukommt zu einer weiteren Folge Sims 4 in unserer WG. Ja, meine Freunde, äh, okay, das hier sieht schon irgendwie merkwürdig aus. Okay, äh, in der letzten Woche kam nichts außer ein letztes Bild und, ähm, ich war letzte Woche nicht so motiviert dazu, irgendwas aufzunehmen. Aber heute habe ich mir jetzt mal so gedacht, dass ich mal wieder in unserer WG gehe und etwas aufnehme. Wo bist du? Du bist am PC, wieso hast du dich denn so schick gemacht? Wieso seid ihr überhaupt alle so schick? Egal. Ähm, ja, äh, am Montag kam leider auch nichts, da wollte das Spiel mich nicht haben, auf Deutsch gesagt. Es wollte nichts mit mir machen, ähm, chatten, okay, ähm, ja, wie schon gesagt, äh, du hast Hunger? Wo bist du denn? Ich glaube, du bist schon in der Küche, hä? Ich glaube, du bist draußen am Grill, genau. Sie ist draußen am Grill, ähm, ihr seht den Mauszeiger nicht, das liegt daran, weil ich eine andere, einen anderen Aufnahmeprogramm habe und, ja, so, was machst du, mein Lieber? Du isst und plauderst. Du hast Hunger, ne? Ein Gericht nehmen, wie ein Gericht nehmen? Hier ist doch was, was sind das denn? Veggie-Burger. Aber du kannst jetzt auch mal aufhören, mein Lieber, du kannst, ähm, Hunger hast du nicht, sozial. Ähm, genau, dann kannst du, was kannst du machen, kannst dich mal umziehen, bevor du, stopp, zieh dich mal um und dann kannst du Sport machen gehen. Ähm, was nimmer denn, was nimmer denn, was nimmer denn, äh, wenn du jetzt einfach mal das, das ist ja deine Sportkleidung, ach so, ja. So, ähm, ich habe jetzt ein neues Gameplay-Pack, und zwar die Sims 4 Vampire, da kommt auch noch einiges auf euch zu. Ähm, das wird aber nur ein bisschen dauern, äh, boah, ist ja wieder dick geworden, Junge, was los bei dir? Warum bist du wieder so dicki geworden? Das ändern wir mal ganz schnell. So, dann kannst du mir auch mal hier eben, ups, ähm, laufen gehen. Ja, also, ähm, das Vampire Gameplay-Pack habt ihr schon ausprobiert, es ist mega. Wir haben auch eine neue Start, äh, Forgotten Hollow. Und, kannst du hier irgendwas machen? Äh, du, komm mal bitte her. Nein, Knoblauchssam, komm, wer ist das? Keine Ahnung. Ähm, ja, also, oh, genau, was ich mir gedacht habe, ähm, oder meine ich das jetzt nur? Oh, genau, ja. Ihr seht, ähm, der Container-Lock ist weg. Das liegt daran, dass meine CCs nicht mehr auf dem PC sind. Äh, warum? Ich weiß auch nicht, die habe ich mal Rotter genommen, weil, äh, es einfach nur so laggy war. Und, jetzt muss ich, das mache ich aber nach der Folge, ähm, das nehme ich den Pax da mal rein. Du, was machst du? Du guckst Fernsehen. Du könntest mal aufs Toilettchen gehen. Ähm, ja. Am Montag, äh, gesagt, am Sonntag, äh, wollte ich ja aufnehmen für die 100 Baby-Challenge. Ich war im Spiel ganz normal mit aufnehmen und so, ähm, ja, und dann kurz vor Schluss meint er, meint das Spiel sich aufhängen zu müssen und, ja. Der hat die Folge nicht gespeichert und das war jetzt nicht so gut. Welches Bett war jetzt deins, das hier? Ich glaube, das hier war deins. Welches Bett war deins, Mädchen? Dann beanspruche das mal bitte, dann kannst du nämlich auch. Ah, okay, noch ein bisschen Zeit hast du. Ähm, so, ähm, du bist laufen, du bist laufen, wo bist denn du? Ah, du wirst schwimmen, oder? Bist du schwimmen? Ja, du wirst schwimmen, okay. Äh, du bist um, ne, du bist um, was möchtest du machen? Ne, du brauchst nicht am PC. Du kannst, eins mal duschen gehen, geh mal duschen. Ähm, ja. In der letzten Zeit kam sowieso unregelmäßig was, äh, das lag daran, entweder weil ich unmotiviert bin oder weil ich es halt nicht geschafft habe, etwas aufzunehmen. Äh, tut mir auch sehr leid für euch. Ähm, einige haben ja die Community verlassen und, aber ist nicht schlimm. Äh, da mache ich mir keinen Kopf drum und, ja. Gut. Aber wir sind jetzt wieder hier und jetzt kümmern wir uns mal um unsere Sims. Und, ja. Boah, was machst du? Du gehst jetzt nicht am PC, du möchtest Käffien trinken. Oh. Du müsstest, ja. Gut, dann trink mal dein Käffien und du, mein Lieber, kannst, äh, mal schlafen gehen. Ich hab heute nämlich mal ein bisschen was vor mit der WG, dass wir gleich, ja okay, jetzt nicht, aber später in der Folge, ähm, feiern gehen mit denen. Warum bist du denn hier eingeschlafen, meine Süße? Geh doch einfach bitte hier ins Bett und, äh, schlaf doch da weiter. Dann sind nämlich alle Ausdrehungen. Ich hoffe, es muss keiner von euch arbeiten. Du musst nie arbeiten. Habe ich euch eigentlich überhaupt schon mal Jobs gegeben? Ich glaube eher nicht. Nein, ich habe euch nichts gegeben. Keinen Job, nichts. Wo bist du jetzt wieder? Du sitzt bestimmt, okay, du sitzt da. Äh, trainierst du dich? Trinkst Käffien, dann kannst du die Toilette verwenden und, ja. Oh, gerne drinkt Pieseln, dann geh mal bitte schnell und dieses Pipi machen und dann kannst du auch schlafen gehen. Ähm, wie schon gesagt, ich habe jetzt das Vampir Gameplay Pack, äh, und wenn ihr Lust habt, dass einer von den Vieren vielleicht auch ein Vampir wird, so, aber so, dass die anderen, äh, WG, äh, Mitglieder das nicht mitkriegen, ähm, könnt ihr mir doch gerne unten in die Kommentare schreiben. Und, ja, die Folge geht wieder 20 Minuten heute und die kommt auch direkt morgen online. Und du wirst schlafen, du... Kannst auch. Ja, du kannst das Bett hier mal beanspruchen. Ah, da ist ja schon dein Sock. Dann gehst du auch mal bitte schlafen, weil dann geht die Zeit nämlich wieder ein bisschen schneller um. Und, ja, genau. Gut. Dann schlaft man schön, ihr Süßen. Und dann können wir heute Abend, wenn's dunkel ist, feiern gehen vielleicht. Und, ja. Gut. Derjenige ist schon wieder wach. Du hast Hunger, dann... Äh... Hä? Ich habe doch hier was hingestellt. Ich glaube, ich muss mal öffnen. Ach, du... Ach, du nimmst dir schon was? Das ist perfekt. Okay. Äh, du nimmst dir was. Und du schläfst noch. Und unser kleiner Moppel schläft auch. Am Freitag kommt auch, ähm, wieder... Wie schon gesagt, nicht wieder. Also, Freitag kommt die erste Folge, äh, mit Familie Gold. Da kann ich euch auch was zu sagen. Ähm, da muss ich halt zwar sagen, das war meine Schuld. Ähm, ich hab halt aufgenommen. Hab ich gedacht, dass ich aufgenommen habe. Und, ja. Ja. Ich bin da so frohlich am spielen mit Justin und der Curly. Und, ja. Am Ende der Folge, wie immer, verabschiede ich mich ja immer von euch. Ähm, ja. Dann merke ich plötzlich, äh, weil ich's dann halt auch bearbeiten wollte. Ähm, weil die Stimme auch etwas leiser war. Wer steht denn hier vor meiner Tür? Da steht keiner. Aber hier steht doch gerade jemand. Oder bin ich nämlich? Äh, ja. Und, was war los? Der liebe Florian hat vergessen, die Aufnahmen getastet zu drücken. Und die Folge nicht aufgenommen. Ja. Das ist typisch. Ich, ähm, aber, es macht nix. Hatte ich hier nicht mal was Grünes stehen hier draußen? Nein. Aber schade. Ja, ähm, du könntest mal dann halt mal gucken, ob du hier vielleicht im Garten was machen kannst. Ich glaub, das kannst du... Nee, hier kannst du nix machen. Kannst du auch nix machen. Äh, auch nix. Ich glaub, hier kannst du auch nix... Nein, okay. Ähm, ja. Ja. Da war es halt so, dass ich vergessen habe, aufzunehmen. Und, ja. Das war dann halt mein Fehler. Und, ja. Wie gesagt, am Freitag kommt, äh, ganz normal, äh, das Let's Play mit Familie Gold. Da hab ich auch schon ne Idee. Wo ist hier die Grusel? Tatsache, hier wo die Grusel sitzt. Familie Grusel mit Bella Grusel und so weiter und so fort. So, du, was machst du? Du gehst zubereiten. Wie geht es dir? Du kannst mal aufstehen, dann kannst du auch mal was essen. Ach, jetzt steht er auf einmal Rest hin. Er ist halt vorhin nicht da. Na, egal. Genau. Aber du hast Muskelkater. Tut mir leid. Aber, wer? Ja. Gut. Ähm. Du hast Hunger, ne? Dann kannst du dir auch noch mal Reste nehmen. Gut. Du bist unten an der Bahn. Gut. Freut mich. Ähm. Ich werde den Keller hier auch ein bisschen umbauen. Also ein bisschen größer machen. So, dass die Sims auch mehr Platz haben. Dass wir vielleicht noch ein oder zwei Geräte hier hinstellen können. Und ja. Du bist wach. Was hast du? Äh, du hast Hunger. Du isst gerade. Du fließt noch, ne? Dann, ähm. Tu mir bitte einen Gefallen. Stell du bitte auch mal auf. Und dann. Nehm doch. Auch mal Reste. Und ja. Ich bin super gut motiviert. Und ja. Also, einige denken sich von euch vielleicht gerade immer. Bei dem kommt ja nur eine Woche Let's Plays. Dann wieder nichts. Eine Woche wieder Let's Plays. Ja, äh. Ach, ihr seid hier und unterhaltet euch. Gut. Dann unterhaltet euch mal ein bisschen schneller. Und dann, ja. Wie schon gesagt, ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob hier vielleicht sie, sie, er oder er. Vielleicht ein Vampir werden soll. Oder auch nicht. Weil, mit Familie Gold habe ich nämlich schon eine Idee. Äh. Wie geht's dir? Du musst schon wieder pieseln. Wie oft musst du denn die nur auf Klo? Ja, das war ja klar. Das war klar, dass du. Wieso? Da ist eine Spüle. Ach. Egal. Ich verstehe die Sims hier manchmal nicht. Aber egal. Gott. Gott. Gut. Äh. Was machst du? Boah. Was habt ihr mit dem Computer? Seid ihr verliebt? Und, ja. Ähm. Ich werde auch im Keller. Das werde ich dann halt aber nicht aufnehmen. Weil sonst würde es... Du sollst dich am Computer... Blablablabla. Pöp. Geh nicht am Computer. Hör auf, da rumzusitzen. Niko, mein Schätzchen. Du kannst... Okay. Du kannst immer nur... Huch. Wo ist der Keller? Da. Kannst du dich doch mal ein bisschen trainieren? Hör auf Fernsehen zu gucken. Was hast du so... Du... Aus Social, ne? Kannst du dich doch mal mit ihm hier ein bisschen unterhalten? Freundlich. Nach Tag fragen. Kannst du ihn auch nochmal richtig kennenlernen? Ich glaube, ihr kennt euch auch noch nicht so besonders. Und, ja. Vielleicht wird es ja auch irgendwann mal was mit den beiden. Huch. Eine Pilzlampe. So. Nikos Training. Und du gehst jetzt nicht schon wieder an den Computer. Das nehme ich euch den doch gleich einfach mal weg. Weil langsam... Du bist eine Serien... Genau. Serienromantikerin. Habe einen Freund oder eine Freundin. Zu Zweifels. Abredungen gehen. Das können wir tun. Aber jetzt nett mit euch. Ich glaube, ihr beiden seid euch noch super am unterhalten. Und, ja. Wir machen hier heute mal wieder so ein Schickimickitag. Ähm, ja. Äh... Tag war schöner. Vielleicht wären wir beide krokett. So, mein Dickerchen. Huch. Was ist das denn wieder für ein Bug? Ja, egal. Geht's mal. Geht's mal. Geht's jetzt mal bitte hier hin. Also, es nervt langsam, dass ihr ständig an diesem Computer wollt. Info provozieren. Braucht man Spaß? Ich weiß ja gerade gar nicht. Nee, Spaß eigentlich nicht. Aber du kannst es dir mal was anziehen. Bleib stehen. Zieh dich mal was an. Ich möchte gerne in die Bildschirme sehen. Äh... Für heute Abend. Gehen wir mal da. Einfach damit nur ein. Äh? Kannst du dir das mal anziehen? Das sieht nicht schick aus, finde ich. Genau. Äh, haben wir hier irgendwo ein Spiegel? Ich meine, äh, im Badezimmer. Haben wir ein Spiegelchen? Dann kannst du die hier mal, äh, frisch machen. Und du? Nee, du kannst jetzt mal bitte warten. Oh, was machst du? Du gehst tanzen. Du kannst... Einmal bitte warten. Ey, trotzdem in die Wanne. Äh, ich hab auch keine Ahnung. Wo bist du, mein Freund? Du bist wieder trainieren, wa? Du bist auch hier auf dem Laufbahn, ne? Das ist super. Ein bisschen auf Bord machen. Ich hör von der Musik echt nix. Ja, ein bisschen hört man. Level Aufstieg. Level 3 der Fitnessfähigkeit erreicht. Yay. Äh. Gut. Äh, wo bist du? Du bist in... Ach, bist du schon in der Wanne? Äh, super. B, du sitzt schon wieder am Computer. Nee, du... Wo, 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 wo... Wo du sein? Ah, du auch tanzen. Gut. Äh, du tanzt auch. Gut. Äh, ja, okay. Dann fand ich dir das Laufbahn den einfach mal so rennen. Yo. Oder? Äh, vorhin... Ne, okay. Gut. Du... Du... Ah, die geht's ja immer noch super. Aber du kannst mal aufschauen. Du kannst dir dann halt nochmal ein bisschen trainieren. Geh runter vom Laufband. Geh runter vom Laufband. Gut. Kannst du nochmal ein bisschen trainieren. Und du kannst dich mal hier nochmal ein bisschen mit ihr anfolgen. Kennenlernen. Ein bisschen tratschen. Sei mal ein bisschen lustig. Schmutzigen Witz erzählen. Witz über Aliens machen. Und Polizei Witz machen. Und du... Möchtest Käfchen trinken. Ich wollte gerade sagen, du gehst jetzt nicht wieder an den Computer. Na, Jüngchen, willst du mich eigentlich verorschen? Du sollst nicht Fernsehen gucken. Du sollst trainieren. Du möchtest eine Freundin, also tu was für deine Figur, mein Freund. So. Genau. Äh, dann kommen wir hier ein bisschen schneller. Kommen wir zu Papa. Oh, oh. Ich glaube, das schaffen wir schon wieder nicht mit der Party. Wo bist du? Ich habe dich angeklickt. Wo bist du? Genau. Du kannst dir dann auch mal bitte gleich mal Outfit umziehen. Genau. Zieh das mal bitte an. Und du kannst eigentlich auch mal eben dein Outfit umziehen. Outfit ändern, weil dann gehen wir doch jetzt schnell noch zur Party. Bevor... Äh... Hallo? Habe ich hier kein Outfit? Doch, da. Gut... Du, wann hast du? Nico. Machen wir hier ein bisschen schneller. Guck mal, wie das da rumbangt an seinen Füßen. Das ist doch nicht mehr normal. Ja, egal. So. Was möchtest du? Äh, mit Jasmin plaudern. Ja, von mir aus. Was macht die Bekart? Ach, ne. Hä? Achso. Ja, gut. Was möchtest du? Auch plaudern. Entmutigen. Wie entmutigen? Du sollst ihn nicht entmutigen, du sollst ihn eher mutigen. So richtig... Achso, ja, das, äh... Ist gut. Wir können aber auch eine eigene Hausparty hier machen. Nein, wir gehen... So, dann hör mal auf. Du brauchst auch kein Fernseh gucken. Du brauchst kein Fernseh gucken. Bleib stehen. Hallo? Achso, nein. Du solltest ja, äh, aufhören zu trainieren. Geh von deinem Laufband runter. Genau. Dann, äh, wechsel mal bitte dein Outfit. Dann gehen wir nämlich gleich zur Party. Ja, mal ein bisschen was trinken und so. Hallo, Outfit? Genau. Das steht ja natürlich jetzt gerade nicht. Okay. Dann kannst du mal bitte, äh, dahin reisen. Genau. Dann reisen wir jetzt mal. Dann nehmen wir... Ah. Achso, hier. Genau. Nehmen wir euch beiden jetzt alle drei mal mit. Dann gehen wir nämlich mal ein bisschen dancen. Ein bisschen dancen in der Disco. Aber wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Dann gehen wir jetzt hier zum lauen Sand. Ich guck mal in OS. In OS ist es, ob wir da irgendwas haben. Äh, blablabla. Schlangennest. Ach, ne. Hier ist halt, äh, die Stadt. Forgotten Hollow. Ich glaub aber, hier ist nix. Nein, hier ist gar nichts. In New Press brauchen wir gar nicht gucken. Hier ist halt nur von mir Gold. Äh, dann gehen wir, äh, hierhin. Komm. Gehen wir hier zum Schlangennest. Reisen wir da einmal hin. Und dann dancen wir mal ein bisschen. Ich hab voll Bock, wieder aufzunehmen gerade. He, ist auch, äh, ja. Und, ja. Man hatte mir gesagt, ich brauch dat nicht. Also. Also, ich muss die YouTuber wählen, hat man mir schon so oft gesagt. Aber, es ist doch meine Sache. Äh, dann geht doch mal bitte alle hierhin. Äh. Äh. Getränk mixen. In mann war. Getränk bestellen. Getränk bestellen für Gruppe. Ähm. Wapp, 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 wapp. Ne, Plasma, den brauchen wir nicht. Genau. Machen wir das hier mal mit Pfiff. Wer ist? Achso, das ist die ich wähle. Nina Caliente. Caliente. Na? Dat war ja wieder typisch. Dat dicke Ding wieder, äh. Du brauchst kein Fernseher gucken. Genau. Geh hier zur Bar. Mh. Genau. Setz dich hin. Genau. Ich brauch nur ein Thumbnail dafür. Natürlich muss die Alte natürlich wieder davor stehen. Aber egal. Dann machen wir ein Thumbnail. Und zwar jetzt. Genau. So, meine Freunde. Wie es bei dem Abend weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge von Sims 4 mit unserer WG. Und ich würde sagen, das war es wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt gerne in die Kommentare, wer von den vier vielleicht ein Vampir werden soll. Soll es. Tobias sein. Soll es. Jasmin Black sein. Soll es Kathi Summer werden. Oder Nico Berg. Votet jetzt in den Kommentaren. Ja. Ich würde sagen, das war es. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Like, Abo und einen Kommentar nicht vergessen und dann würde ich sagen, sehen wir uns bis dahin, ciao, ciao